Jey! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Ich muss mal aufnehmen, du darfst nichts vergessen. Rennt die! Müssen wir jetzt auch nochmal bei Roten Wildos lachen? Ja! Ja! Achtung! Ja, Don Percival! Ja, Percival wirklich sucks! Ja! 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 Schössers mit dem Schnauzer, würde ich mal mal sagen. Ist immer noch hässlich. Ja, wenn ich die längere Haare hätte, dann wäre das okay. Vielleicht. Mit der Frisur sieht die auf jeden Fall voll alt aus. Diese Haarspange da reinkt. Ja, andere Liga, komm ey. Wie schmeckt es? Ja, ich bin total auf Koks. Oh mein Gott, oh, was für ein Plot. Oh, den habe ich jetzt schon zum viertmal sterben sehen. So, los geht's. Oh, oh, das ist ein Verbiester. Jetzt mit der Pistole. Ich bestehe ja immer noch drauf, dass sie drauf geht, aber gut. Verreckt ihr dreckigen Bullenschweine. Bin zu blöd, die Leute aufzuklettern. Ui, bin zu blöd an einem Treffen vornart. Der Winner takes it all. Ich liebe. Ich liebe. Ich mach die von der Seite mal hier. Bums, da bin ich. Also, mein Blüter ist ja gerade hier. Oh, ich mach. Was? Du bist schon wieder da. Typ, ja ey. Ich bin wieder da drin. Das ist geil. Das ist geil. Das ist so geil, dass ich da drüner bin. Qua? Good Noob. Wer trägt? Wer trägt? Na. Geträgt. Geträgt. Dadadadadada. Ähm. Ja, ich ziehe mich kurz zurück, ja. Ja. Ich habe nämlich nicht mehr... Alter, was ist mit meinen Haaren los? Warum ist dein Kopf grün? Was? Das ist für Gemüse. Nee, 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 mein Kopf ist komplett grün. Ach, deine? Das ist eine Idee, du. Ist das wo? Komm mal her. Komm mal her, gar nicht, oder? Warte. Ich kann nicht ganz gut sehen. Na, hier hinten. Jemand hat den. Ja, warte. Und wo bin ich jetzt wieder abgeschossen? Da kommen neue. Aber verrägt dich ja nicht nochmal, ne? Nee, nee. In diesem... In dieser Garage bin ich voll sicher. Ja. Ist das bei dir auch so? Komm her. Ich kann die Tür zumachen. Aua. Also ich darf nicht abkratzen, oder? Nein, keiner von uns darf abkratzen. Okay. Nee, irgendeine ist schon abgekratzt. David, deine Haare sind blau, ja? Nicht die Haare, die Kopfhaut. Ja, schaff die Kopfhaut. War früher nicht grün? Vielleicht gefärbt. Nein, die Kopfhaut war nicht grün. Ach so, nein. Natürlich, wenn du durch die Haare färbt, wird die Kopfhaut natürlich auch grün. Da kannst du mal anfangen, wenn du dich... Ja, ich komm schon. Wer ist jetzt gestorben. Ja, der Markus ist gestorben. Super, Markus. Ganz toll. Ja, super. Ja. Er hat ja noch nicht lang genug gedauert alles. Ganz toll. Respekt an dich. So, Bild nach oben. Die Aufnahme läuft. Noch. Schwere Panzerung wollen wir auch kaufen. So. Hey. Ja, wir sind eben auch gestorben, deshalb müssen wir das jetzt nochmal machen. Genau. Danke, Markus. Damit... Nein, 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 das... Nein, das ist... Das ist eh nicht dein Schulz, Markus. Aber geht's einfach weg, wenn ich in der Garage bin, dann ist es diese E-Win. Ist das schon mal aufgefallen, dass da ein Haus in der E aussieht? Tatsächlich? E-Wi... Tega-Wi. Da kommt's einfach alle in die Garage rein. Ich bin verliebt, ich bin in GTA. E-Win und die sieben Schweine. Nein, wie ging das? Was? Meine Garage war da... Ha! Mein Kopf ist wieder weiß. Also, rosa. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen weiß. Welche Garage... Kann man die Garage so öffnen? Nee, kann man nicht. Kann man. Ja, kein paar von den Autos, die von hinkommen. Uh. Okay, aber... Was ist, wenn wir dann einfach reinreiten? Na, nachher dann, wenn die da sind. Aber bleiben denn die Haftplomben? Nee, Haftplomben, nee. Ich hab keine. Haftplomben? Ich hab sieben. Die kannst du dann für andere Leute verwenden. Ja. Zeig dir mal, wie lange die herbrauchen, wenn sie es weg sind. Aber dann mach ich das so. Dann renne ich gleich in diese Garage. Ja, mach das. Ich renne dann gleich hoch. Und ich will nämlich einer die See-Shop ab. In der Garage kann man eigentlich nichts machen, weil ich kann die Tür zumachen und aufmachen. Von innen. Oh, sie brauchen mal in Achtung, Position bleiben. Leila, ich vermute mich, wenn ihr von Haus aus dort hingeholt. Alle Leute. Wie geht's euch? Hallo. Oh, warum kann das eigentlich nicht überspringen? Man kann überspringen, wenn alle dafür stimmen. Aber ich weiß nicht, wie man überspringen kann. Spring. Ja, es hilft vielleicht, wenn wir alle ganz laut ins... ...reinbrüllen. Überspringen! 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 So. Roll, 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 roll! Jedes Mal, wenn ich den TGV sehe, krieg ich das Kalze Kotzen. Kalze Kotzen. Das Kalze? Du kannst nicht mal reden, er soll immer ganz leise. Ja, ich bin müde. Oh mein Gott, schon wieder die Polizei, der ist schon wieder verreckt, der hat aber echt die Arschkarte, verreckt jedes Mal. Der ist schwarz, deswegen stirbt er immer. Das hast du jetzt einmal gesagt. Ja, ist ja so. So, Granate. Oh jetzt die Scheiße, Alter. Mit süßem Arsch. Alter, relax. Dammit! Do not surrender! Take them out! We are burned! Take away Ganesha. Ach, ich nenne jetzt einfach Ganesha. Du übernimmst Richtung Ausgang und... Nein, 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 nein. Fick's nicht. Oh man... Das ist deine Kopfhaut bei mir grün! Ja, bei mir auch! Ja, bei mir auch! Hallo, darf ich da wieder raus und schießen? Der Kopfhaut ist auch schon wieder grün. Aber wo sind die denn? Die ist aber eher blau, würde ich sagen. Ja, blau-grün. Ja. Alter, ist irritiert voll, wenn ich hier gerade ziehe und da tauschen plötzlich und mein Blick fällt auf. Alter. Alter, what the f... Oh. Können die mal bitte liegen bleiben? Alter, was hier alles in die Luft geht. Ja. Wundervoll. Da steht noch auf. Die krieg ich dann wieder. Hat er eben gespickt. Da ist noch einer. Oh, ich hab 1337 Munition. Das... Hat er wieder eine aktive... 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 Ey, wer ist eigentlich schon blöd gestorben? Der Tobi. Der Tobi. Der Tobi. Der Tobi. Der Tobi. Der Tobi. Hier, nimm sie. Ja, schnell. Schnell den F.P.E. Karre! Aua, da ist noch einer! Wo? Ach, wo? Hat er da hinten... Ja, wurscht. Welches ist auch da immer nicht. Eines von den... 1000 Millionen, die da stehen... Aua! Hier, hier, hier. Dida! Das hier, glaub ich. Ja, steckt an! Wie fährt denn? Ich! Ja, Markus! Will ich das fahren? Ich... Ah! Ah! Mach Radio aus! Mach Radio aus! Ah! Oh 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 Der Markus fährt der Bob-CGW halt so aus! Ja ich bin... ich bin mitfahrer- ich kann das nicht ausschalten! Ja war kein Steilfahrer! Ich drück links und es geht nix! Ihr halt links gedrückt! Mach doch einfach Markus! Passiert nix! ich würde auf Skype angeschrieben bei mir ist die Mucke aus Alter die teleportieren sich, ich filter uns vor uns, überall uns überall hin Ah Markus! Markus, da teleportiert sich alle Autos Ah, warum fliegen die Autos bei mir? Alter WTF, Alter was? Markus, was machst du denn? Was? Die Polizei hackt Die Leute sind weg Ja, ich will nicht helfen, was geschossen hat Alter! Okay, ich weiß schon, ich glaube ich muss mich auf Null regeln Alter, Aua! Was macht gerade das denn? Wer ist dumm? Ich muss Gas geben, Aua! Hä, warum, hä, warum können wir weiter? Ah, denke ich mal ja Ruhig, steck du einmal nicht, bis du zur Garage kommst Ja Er könnte jetzt aufhören, den ganzen Tag reinzuschreiben Neustart und Ding, Markus Bist du schon wieder gestorben, ey Hallo! Schneller Neustart, hallo! Alt! Jetzt, Jan! Jan! Ich bin also, mir geht's super, hörst du dich? Ach, Leute! Ich weiß nicht warum, aber irgendwie glaube ich dir das nicht Oh, das ist wieder das E für EGW EGW? Beschissene 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 Arschwecks, Hore Bitch! Hat ne Schwanz im Pau! So Das war an der TGW, unsichtbare Handy, das ist auch nice Woher hast du das? Alter, halt auf, jetzt die ganze Zeit in der Chef Minecraft Hm, 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 ah, da kitzelt meine Nase Wenn ich so das mach Hm, ah! 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 Ich muss nicht! Ah! Das Kessel zu! Das Kessel zu! Das Kessel zu geil! Ich dachte schon, ich krieg ne Glatze, ey Ich muss nicht! Los geht's! Ja! Auf geht's! Warten! Tobi, ich würde vorschlagen, dass du diesmal nicht in die Garage gehst Oh, wo gehst du hin? Zu mir hoch Ich geh da immer hier links die Leiter hoch Wo der David oben ist Ok Und das geht sich aus? Ja Wahrscheinlich, weil alle auf mich fixiert sind Ja, das ist bis jetzt noch nicht verreckt, also muss sich ja irgendwie ausgehen Ja, ok, dann probier ich das jetzt auch Also ja, wir sind alle dann da Wäre nur blöd, wenn wir uns jetzt gegenseitig blockieren würden Ich geh jetzt erst darauf Ne, 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 so läuft das ja nicht, ja? Ups Seid nicht feige, Leute, lasst mich hinter den Baum Wo ist ein Baum? Alter, geht's mir nicht am Wecker! Wo ist ein Baum? Da komm da! Da komm da! Da komm da! Der war schon rot Ist der von Hand aus schon rot gewesen? Das ist ja ein NPC Das ist ja ein NPC Das ist ja ein NPC Ja, so Warum ist der NPC als Gegner angezogen? Halt Die präzissten Kommentare Guten Tag Juden da Hallöle Ja, die Polizei kommt! Oh, ich hab gespoilert! So, jetzt gib uns den scheiß Koffer Hey Weißt du, was ein noch härterer Spoiler ist? Wenn man die Bibel lest und dann sagt, dass Jesus um Schluss stirbt Es sterben Leute bei Game of Thrones Nein, nein, hier der Bodyguard von der, der stirbt auch Ja! Und der ist schwarz! Und der ist schon zehnmal gestorben Das hast du gesagt! Ja Mann, du bist ja viel näher bei dieser Leiter Könnten wir eigentlich gleich, eigentlich, rein theoretisch, gleich, eigentlich, gleich, eigentlich den Kopf hauen? Ja Nein, können wir nicht Nicht? Oh, Bullshit Dobi, du bist nicht schon wieder verreckt, oder? Aua Nein, aber ich geh rauf, aber ich weiß praktisch, dass es auch nicht kann sein, dass ich es nicht schaff Dreck Voll doll Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben Bist du denn oben? Ja Ja, dann versteck dich Bis zur Hälfte wirst du wieder geheilt Ja, ich hab Snacks Boah, ist jetzt meine Frisur schon wieder Boah Also ohne Rüstung würde ich das nicht überleben hier oben auf jeden Fall Wieso stehen die mal wieder auf? Wieso stehen die mal wieder auf? Du wirst hier Boah Ja Suprise Motherfucker, Suprise Motherfucker Ja da kann man auch noch Nein, da oben Nein, noch nicht Zuerst kommen noch die Karren Wie weit kann ich eigentlich so mit der Bomben schießen? Ja, heute jetzt Boah, wie gut ich mit dem Controller schießen kann Was ist mit dem Controller? Na, wenn ich mit dem Controller nicht automatisch ziele, dann Kann ich denn überhaupt nicht damit schießen Ah, falsches Alter, Hilfe Immer auf die Wand zu zielen, du Boah, ich hab den voll in die Schulter geschossen, Alter, der ist total tot, ey Da kommt noch einer in den Kamer Der ist voll ganz tot Gut, einer geht runter Alter 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 Du, mach keinen Scheiß, ey Ist bei dir meine Kopfhörter auch grün? Ja Ja Nein! Wir müssen nicht Mein Koffer Nicht Ich So, diesmal fahr ich, ja Ist das okay? Bin ich voll dagegen? Ich möchte mal fahren Nein, ich fahre Ich fahre mit so einem schnellen Auto, nicht mit so einem Max Ich nehme das da Ah, das hat schon zerschossen, sie fahre Das geht auch nicht, weil das nur ein Zweisitzer ist Beziehungsweise Viersitzer, aber nur mit zwei Türen Das heißt, das geht nicht Let's go, Mario Ah, der eine rote Punkt, den du dann noch abgeschlossen hast, das war der, der von Hause aus auf und führt zu fahren Ihr guckt ja, es kommen hier nämlich viel weniger Leute, warum sind da eben so viele gewesen? Die sind da nacheinander gekommen Ja, schon Ja, schon Na, aber Trotzdem ist das ab weniger Ja, easy, easy, easy Easy So, aber noch, noch fahren wir Ich glaube, es kommen nicht mehr Autos Doch Doch Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ah, keine Bremse Er hat aber nach rechts Ich hab Er hat nicht gelenkt Ja, weil dein Reifen ausgeschlossen ist Ja, aber der lenkt ja dann trotzdem, wenigstens nur ein bisschen Der hat überhaupt nicht ge- Der hat nicht gegessen Nee Das ist ja ohne Angst Alter, ah, schießen Aua, geht's Wollte der Wagen wegzauern? Nein Ähm, Arsch, du musst da jetzt schmieren Am Arsch würde ich nicht den Wagen wegzauern Ähm 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 Aber ich merkste schon, wie gut man da fahren kann, oder? Ja, bei mir waren letztes Mal keine Reifen kaputt Ja, ich hab nicht gestorben Klingt das Ganze um einiges leichter Um einiges leichter So, jetzt geiler Driften Äh Wohne ich nicht weggehen Ahaha Ganz laut Ach, das war jetzt Ordentlich's Nein 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 affle Nen Aah Kommt man nicht einfach aussteigen und rein hin? Ja, mein ... Also, dass dicke Bonbon so ein Fruchtwerfer Hey, ich kann hier ja erst- Erstmal die Tür zum Alta, weh Ha haul Kauft sie! Ja, aber ihr eigentlich ganz einfach, oder? Ok, echt? Ja, voll. Warum sind meine Haare immer noch grün? Also meine Haare sind grün, ja. Nein, mein Kopf. Lass du das nicht zur Kopf steigen, David. Gut. Das war... Der erste Teil nach Vorbereitung. Boah, schon wieder nur Gold, ey. Boah, schon wieder nur Platin, ey. So. Ich war doch nie Platin, immer nur Gold. Gut, ich danke fürs Zuschauen, hoffentlich hat es dir voll gefallen. Uns hat es ziemlich viel Spaß gemacht, auch wenn es geht zu mich. Hallo und herzlich willkommen zu GTA Online. Nein. Ja. So. Oh, ich habe nicht aufgenommen, ups, Alter. Nein. So. Gut. David. Tschüss. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Also, ist es aufgenommen damit? Ja, ja, ist aufgenommen. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018